Musik Hinten rechts, ist das nicht Ihr Mann? Warum hast du mir gar nicht erzählt, dass du auf dieser Hochzeit warst? Was um Gottes Wöhne haben Sie auf dieser Hochzeit gesucht? Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, dass er nicht mehr in Religionsunterricht geht. Dafür geht er in die Koranstunde. Bist du ein Terrorist? Sie erwarten doch nicht, dass ich meinen Mann bespitzle. Das ist ja abartig. Es gibt Leute, die fliegen mit Flugzeugen in Bürogebäude. Andere zünden Bomben in Vorortzügen. Das finde ich abartig. Das ist ja abartig. Das ist ja abartig. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.